Musik Kurz nachdem wir hier im Team mit der Sichtung angefangen haben, bin ich auf einen tollen Film gestoßen, der sofort zu einem meiner Lieblingsfilme würde. Das ist der Film Freifall, eine Liebesgeschichte von Miriam von Arx, einer Schweizerin Regisseur, die in der DocDeutsch-Reihe läuft. Es geht um eine ganz besondere Liebesgeschichte. Miriam von Arx und Herbert sind die Protagonisten des Filmes. Das ist Herbert. Wir haben uns über eine Partnervermittlung im Internet kennengelernt. Zwei Wochen nachdem Herbert und ich uns das erste Mal geschrieben haben, werde ich operiert. Ich liege in meinem Spitalbett und bin glücklich. Du bist jetzt nicht mehr allein. Leider ist diese Liebesgeschichte nicht so einfach, weil Herbert ein begeisterter Basejumper ist. Kurz danach, nachdem sie sich kennenlernen, wird bei Miriam festgestellt, dass sie auch an Brustkrebs leidet. Miriam von Arx gibt in ihrem Film die Frage nach. An einem Beispiel von Herbert, wie kann man für zwei Sekunden so Glück und Freiheit in der Luft sein Leben so in Gefahr setzen, während sie für ihr eigenes Leben kämpft? Mein Name ist Macarena Velasco, ich bin für die Filmadministration bei DOCFES zuständig und während des Festivals findet ihr mich im Festivalzentrum, welches ich leite. Dankeschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herr Ehrlich